Hallo und herzlich willkommen zurück zum weiteren Video auf meinem Kanal. Heute stelle ich dir 5 weniger bekanntere Webseiten vor, mit denen du online Geld verdienen kannst. Da ist die eine oder andere sehr spannende Seite dabei, deswegen bleib auf jeden Fall dran. Wenn du Videos suchst rund um das Thema online Geld verdienen, schau gerne auf meinem Kanal vorbei. Da findest du sehr viele Videos rund um das Thema online Geld verdienen. Lass gerne ein Abo und ein Like da, das würde mich freuen. Abo kostenlos unterstützt mich, motiviert mich extrem. Deswegen lasst gerne ein Abo da. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der die Videos regelmäßig schaut und sich schon dazu entschieden hat, den Kanal zu abonnieren. Falls ihr die Videos regelmäßig schaut und den Kanal noch nicht abonniert habt. Falls ihr zum ersten Mal ein Video von mir schaut und sich denkt, ey yo, ich lasse gerne ein Abo da. Dann lasst gerne ein Abo da. Unterstützt mich, wie gesagt, motiviert mich extrem. Dankeschön an 211 Abonnenten. Vielen, vielen Dank. Ich wüsste gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Aber jetzt legen wir los mit der ersten Seite. Die erste Plattform, über die ich heute mit euch sprechen möchte, ist die Plattform Lingosaur. Das Ganze ist eine Übersetzungsplattform, wo ihr eben Geld verdienen könnt, indem ihr, ja, übersetzt, wer hätte es gedacht. Und zwar geht ihr hier oben auf 4 Translators und dann steht hier jetzt ganz schön, warum sollte man sich hier registrieren auf der Plattform. Zum einen, du bekommst eben Geld für das Übersetzen. Zweitens, you get professional translation experience, also du bekommst professionelle Übersetzungserfahrungen. Und drittens, warum nicht? Ja, warum nicht? Also wie funktioniert das Ganze? Du musst hier, wenn du dich auf der Plattform registrierst, so einen kleinen Test machen. Der ist sehr einfach, wenn du den, oder ja doch, der ist auf jeden Fall möglich. Und wenn du den bestehst, kannst du hier eben verschiedene, ja, Jobs erledigen. Und wenn du den Job gemacht hast, bekommst du eben, also du machst den Job, dann bekommst du die Dokumente zugeschickt, beziehungsweise kannst du die downloaden, übersetzt das Ganze dann und das wird dann von dem Kunden eben überprüft. Und wenn er ja das Ganze akzeptiert und sagt, das ist okay, deine Übersetzung ist gut, dann bekommst du eben danach das Geld. Das Ganze ist natürlich kostenlos, also die Registrierung ist kostenlos und je nachdem natürlich wie viel Übersetzungsjobs du machst, desto mehr verdienst du natürlich. Und ich sage mal so, das Ganze funktioniert mehr oder weniger ohne Probleme. Du kannst das Ganze über Paypal auszahlen lassen, also je nachdem wie viel du eben verdienst, das ist ja komplett egal. Du kannst das Ganze eben ganz gechillt über Paypal oder so auszahlen lassen. Und falls du jetzt im Englischen nicht ganz so mächtig bist, kann dir die Plattform Deeple das Ganze ein bisschen erleichtern. Ja, wenn du zum Beispiel jetzt hier eben eine Übersetzung bekommst, also als Beispiel du bekommst einen englischen Text oder einen deutschen Text und musst ihn eben ins Englische oder ins Deutsche eben übersetzen, kannst du eben Plattformen wie Deeple nutzen, der meiner Meinung nach besser ist als der Google Übersetzer. Und kannst dann hier eben den englischen Text, den du dann hier hast, eben ins Deutsche übersetzen oder von ins Deutsche ins Englische. Ist ganz praktisch, da ersparst du dir das Übersetzen. Und vor allem, was halt ganz cool ist, wenn du hier den Job hast, du den annimmst und dann eben den Text über Deeple übersetzen lässt, bist du deutlich, deutlich schneller und dann nochmal kurz drüber lesen, ob alles grammatikalisch noch ganz okay ist. Und dann kannst du den, oder dann hast du den Job schon erledigt. Das erspart dir sehr, sehr viel Zeit und bist deutlich, deutlich schneller beim Abarbeiten des Jobs. Deswegen, meiner Meinung, meiner Empfehlung, nutz die Webseite Deeple. Wenn du grammatikalisch im englischsprachigen Bereich Probleme hast, kannst du die Webseite Grammarly nutzen. Die schaut die Rechtschreibung und Grammatik an im englischsprachigen Bereich. Wenn du im deutschsprachigen Bereich grammatikalisch Probleme hast und du musst den Text jetzt zum Beispiel von Englisch auf Deutsch übersetzen, dann gibt es Webseiten wie dudende.de slash Rechtschreibprüfung, glaube ich müsste es sein. Da kannst du die Rechtschreibung überprüfen lassen von dem Text. Und eben das wären auch nochmal zwei Plattformen, die das Ganze ein bisschen erleichtern würden. Also hier einmal die Plattform Grammarly eben für die englische Kontrolle und hier eben dudende.de slash Rechtschreibprüfung online. Könnt ihr eben den Text dann hier die Rechtschreibung überprüfen lassen. Eben sind das so Grammarly, Duden und Deeple sind so drei Plattformen, die euch auf jeden Fall bei dem ganzen Thema unterstützen, euch unter die Arme greifen und ihr dann einfach nochmal einmal drüber lesen müsst und die ein oder andere Sache vielleicht ausbissen müsst. Aber dann funktioniert es und ihr habt euren Job deutlich schneller erledigt, als wenn ihr das normal machen würdet. Dementsprechend wäre das auf jeden Fall ein Tipp von mir. Und ansonsten finde ich Lingosan eine sehr interessante Plattform eben für das Translation oder besser gesagt das Übersetzen. Dafür eben Geld verdienen, einfach registrieren und dann könnt ihr hier loslegen. Die zweite Plattform, über die ich mit euch sprechen möchte, ist die Plattform User Testing. Das Ganze ist eine Plattform, wo ihr verschiedene Webseiten und Apps testet und dafür Geld verdient oder Geld bekommt besser gesagt. Dazu geht ihr oben auf Test Teilnehmer werden. Dann kommt ihr hier auf diese Plattform, dann könnt ihr hier eure E-Mail Adresse eintragen und dann geht es auch schon direkt los. Wie funktioniert das Ganze? Du bewirbst dich, also du gibst deine E-Mail Adresse an hier wie gesagt und musst einen kurzen Übungstest machen. Der Übungstest ist extrem einfach, den habe sogar ich geschafft. Also der ist wirklich, wirklich einfach und danach kannst du an dem Netzwerk teilnehmen und mitmachen. Danach geht es zum Thema Umschauen, Beantwortung des Screeningfragen, Nutzer-Tests zugeordnet. Es werden ständig Nutzer-Tests veröffentlicht. Danach geht es um das Testen. Du testest eben das Ganze, die Webseite oder die App und hilfst dadurch eben die Unternehmen, ihre App oder ihr Produkt, wie auch immer man es nennen möchte. Oder die Webseite eben, verbesserst du oder erleichterst den Sachen und hilfst denen einfach und du bekommst dafür Geld und ein bisschen verschiedene Arten noch. Ja, in dem Testfeed siehst du dann oder wird dir dann der Betrag angezeigt, den du pro Test eben verdienst. Und du siehst, hier sind ein paar große Unternehmen am Start und so weiter. Einfach hier registrieren, indem du die E-Mail-Adresse angibst. Es ist aber, oder du brauchst natürlich ein paar Sachen dafür. Du brauchst zum einen PC, ob jetzt Windows oder Mac ist egal. Du brauchst eine Internetverbindung mit einer guten oder mit einer kleinen Upload-Geschwindigkeit. Du brauchst ein Mikrofon, ob das jetzt intern oder extern ist, ein Headset-Mikrofon oder was auch immer ist relativ egal. Man sollte dich nur halbwegs verstehen können. Du musst mindestens 18 Jahre alt sein und du solltest die Fähigkeit haben, deine Gedanken laut zu äußern. Ja, das heißt, du siehst eben eine Webseite vor dir. Du musst dann genau quasi sagen und vorsprechen, nicht nur denken. Also einfach gesagt, das ist eigentlich das, was du denkst, musst du laut aussprechen. Ja, ich drücke jetzt da und da drauf. Ich finde das und das an der Webseite jetzt nicht so schön. Das finde ich unübersichtlich. Das und das gefällt mir nicht und so weiter. Also du musst quasi deine Gedanken und so äußern und so eben die Webseite oder die App testen und vielleicht irgendwelche Fehler, fallen irgendwelche Fehler auf oder sonst irgendwas stört dich besonders und dann musst du das natürlich eben sagen. Ja, und eben wie schon gesagt, nachdem du deine E-Mail-Adresse eingegeben hast, musst du einen kurzen Übungstest machen und wenn der bestätigt ist, kannst du mit dem richtigen Test loslegen und damit Geld verdienen. Und das Ganze wird eben bezahlt über Paypal. Dementsprechend solltest du Paypal haben. Ich denke, wenn du über das Internet Geld verdienen möchtest, wirst du auch ein Paypal-Konto haben, weil Paypal wirst du bei den meisten Plattformen benötigen oder zumindest gibt es als Auszahlmöglichkeit. Deswegen ist es sinnvoll, ein Paypal-Konto zu haben. Und wie viel Geld kannst du mitverdienen? Ist natürlich auch immer sehr unterschiedlich, je nachdem, wie viel Testangebote es gibt und wie viel du natürlich im Endeffekt auch machst. Dementsprechend ist das natürlich ganz, ganz unterschiedlich. Und es gibt theoretisch noch weitere Fragen. Muss ich Geld bezahlen, um Testteilnehmer zu werden? Nein. Wie viel Geld erhalte ich? Welche Art von Gerät benötige ich? Brauche ich ein Mikrofon? Muss ich etwas herunterladen? Werden meine Zahlungen versteuert? Und so weiter. Das könnt ihr euch alles genau durchlesen, solltet euch das Ganze interessieren. Ich finde User-Testing eine sehr, sehr interessante und coole Plattform, um eben mit Produkt, mit Webseiten-Tests oder App-Tests Geld zu verdienen. Ich finde es eine sehr, sehr coole Plattform. Relativ simple Plattform. Du musst nur diesen kleinen Test machen, der wirklich einfach ist und musst dann eben eine Webseite testen und sagst dann quasi das auf, was du quasi gerade in deinen Gedanken hast und was dir gefällt, was dir nicht gefällt, was du vielleicht ändern würdest, so ein bisschen. Und finde ich eine ganz coole Plattform. Ist vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen. Und nun gehen wir weiter zur dritten Plattform. Das Ganze ist die Plattform Preply. Ich weiß es nicht genau, wie man es ausspricht. Hier kannst du Fremdsprachen, was heißt Fremdsprachen? Ne, hier kannst du Sprachen unterrichten. Ich schätze mal, die meisten von euch werden Deutsch können und Englisch. Dementsprechend könnt ihr Deutsch unterrichten. Ja, wir gehen jetzt mal hier auf Deutsch unterrichten. Du kannst dich hier eben registrieren als, ja, Deutsch. Ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen Lehrer, ne. Also du möchtest eben, oder du kannst hier eben Deutsch als Beispiel unterrichten und kannst dann hier eben deinen Preis und so weiter auswählen. Du kannst auch auswählen, um welche Uhrzeit du arbeiten möchtest. Du kannst auswählen, an welchen Tagen du arbeiten möchtest. Das kannst du alles selber entscheiden. Zum Beispiel die Susan M. Punkt, ja, die hat, wie man auf der rechten Seite sehen kann, arbeitet die immer nur nachmittags, abends und auch an zwei Tagen nachts. Und freitags ist komplett frei, ja, dafür arbeitet sie auch am Wochenende. Aber die hat zum Beispiel erst eben, startet die ihre Arbeit erst immer ab 12 Uhr mittags. Dementsprechend kannst du das eben alles selber genau einstellen, so wie du es möchtest. Der arbeitet zum Beispiel von Montag bis Freitag, hat dafür das Wochenende frei, arbeitet aber schon morgens und hauptsächlich Nachmittag, abends eher weniger, ganz wenig in der Nacht und so weiter. Also ihr könnt das hier eben alles selber einstellen und so machen, wie ihr das Ganze wollt und könnt ihr dann eben eure Preise natürlich auch einstellen. Hier 20 Euro, 16 Euro pro Stunde, 18 Euro, 38 Euro, 15 Euro, 23 Euro und so weiter. Und hier könnt ihr dann eben, ja, Deutsch unterrichten, aber natürlich könnt ihr auch andere Sprachen unterrichten. Ja, wie gesagt, ihr könnt Englisch, Spanisch, Französisch, Chinesisch, Italienisch, Deutsch, Arabisch, Japanisch, Portugiesisch und auch viele mehr Sprachen hier auf der Plattform unterrichten und damit eben Geld verdienen. Und ich finde das eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Ich persönlich bin wahrscheinlich zu schlecht im Englisch, also mein Englisch ist wahrscheinlich nicht gut genug, um jetzt hier komplett flüssiges Gespräch mit den Leuten führen zu können und deren Sprache zu unterrichten. Mal davon abgesehen, ich kann zwar ganz okay Deutsch sprechen, aber ich war ein Deutsch in der Schule auch nicht unbedingt gut, deswegen für mich wäre das jetzt nicht unbedingt was. Aber für die Leute, die gerne Sprachen unterrichten können, die vielleicht mehrsprachig unterwegs sind, ist die Plattform vielleicht ganz interessant und könnt ihr hier eben, wenn ihr hier oben links auf Lehrer werden geht, könnt ihr euch hier dann eben registrieren. Im Durchschnitt berechnen Lehrkräfte für Englisch 15 bis 25 Euro pro Stunde, da habt ihr dann ungefähr einen Richtwert, wie viel Geld ihr hier eben pro Stunde verdienen könnt. Du entscheidest eben, wie vorhin schon gesagt, wie viel, wie lange, an welchen Tagen und so weiter, das entscheidest alles du und kannst dich hier auch weiterentwickeln und so weiter. Es gibt hier noch ein paar Fragen, die man sich durchlesen kann, wenn euch das Ganze interessiert. Ja, ihr könnt ja kurz das Video shoppen und euch das Ganze ein bisschen genauer durchlesen, falls ihr euch irgendeine Frage davon genau interessiert. Hier wird das jetzt nicht genau durchgehen. Hier sieht man nur ganz kurz, du kannst oder die beliebtesten verdienen, bis zu 450 Euro pro Woche. Finde ich einen absolut okayen Preis, kann man auf jeden Fall machen. Eben vielleicht ganz interessant und entsprechend für den einen oder anderen Geld verdienen, mit dem Unterrichten von Sprachen. Die Plattform Preply oder Preply. Dann gehen wir weiter zur Nummer 4. Die Nummer 4 im heutigen Video oder eben, ja, die vierte Plattform ist die Plattform I.M. Das Ganze ist eine Plattform, wo ihr eure Fotos hochladen könnt und damit Geld verdienen könnt. Das heißt, ihr habt irgendwelche Stockfotos und könnt die hier eben verkaufen und könnt damit eine passive Einnahmequelle aufbauen. Könnt ihr unten auf Join as a Contributor drücken oder auf Sell your work, ist eigentlich relativ egal. Ja, Upload and Sell your work. Und dann könnt ihr euch hier registrieren und könnt dann hier eben eure Stockfotos veröffentlichen und verkaufen und darüber eine passive Einnahmequelle aufbauen, weil ihr macht einmal die Fotos, ladet die einmal hoch und ab dahin bekommt ihr für jeden Verkauf oder je nach Plattform, vielleicht ein bisschen unterschiedlich, aber wahrscheinlich in den meisten Plattformen, je nach Verkauf, je nach Download, bekommt ihr Geld und habt das dann eben als passive Einnahmequelle immer wieder, weil auch in 5 Jahren, sofern es die Plattform noch gibt und sich jemand dann euer Foto kauft, bekommt ihr immer noch Geld. Dementschein habt ihr dann eben auch eine passive Einnahmequelle. Finde ich auch ganz interessant, vielleicht für den einen oder anderen mit Bildern Geld verdienen und ja, finde ich ganz nice, weil es eben eine passive Einnahmequelle ist und Bilder machen, Handys haben mittlerweile schon echt eine gute Kamera. Kann man auf jeden Fall machen, wenn du dann noch das Bild vielleicht ein bisschen bearbeitest. Finde ich ganz cool. Kann man auf jeden Fall machen, die Plattform IEM. Zu guter Letzt haben wir wahrscheinlich eine eher, ja, weniger bekanntere Plattform und auch eine Plattform, die ich zwar interessant finde, ich aber nicht unbedingt euch empfehlen würde, aber ich wollte sie trotzdem zeigen, weil sie ist vielleicht interessant für den einen oder anderen und zwar handelt es sich um die Plattform D-Live. Das Ganze ist eine Plattform, die sehr, sehr ähnlich ist wie Twitch. Ihr kennt wahrscheinlich die meisten von euch und hier kannst du eben Livestream machen, aber du wirst hier bezahlt mit Kryptowährungen. Kann man machen, gibt es eigentlich ansonsten auch nicht mehr wirklich viel mehr zu sagen. Es ist wie gesagt eine sehr, sehr ähnliche Plattform wie Twitch, außer eben du kannst hier auszahlen in Kryptowährungen. Ein Vorteil von dieser Plattform ist auf jeden Fall, wenn du als Streamer Geld verdienen möchtest, dass du hier deutlich weniger Konkurrenz hast als auf Twitch und dadurch vielleicht eher gesehen wirst. Aber ein Nachteil wiederum ist eben genau das, dass die Plattform eher weniger bekannt ist und dass du nicht so viele Zuschauer hast oder allgemein hier auf der Plattform eben nicht so viele Zuschauer unterwegs sind. Dementsprechend hat es auch Vor- und Nachteile. Ich bin jetzt kein Riesenfreund davon, weil ich auch kein Riesenfreund von Kryptowährungen bin. Aber für die Leute, die eben gerne mit einem Livestream Geld verdienen möchten oder da durchstarten möchten, ist die Live auf jeden Fall eine Alternative zu Twitch. Hier bekommst du eben eine Kryptowährung als Auszahlung, aber ist eben deutlich unbekannter und weniger Reichweite, aber eben dafür weniger Konkurrenz. Könnt ihr natürlich abchecken. Wollte ich euch trotzdem zeigen, ist eine ganz interessante Plattform, vielleicht für den einen oder anderen, für mich jetzt eher weniger, aber ich fand es trotzdem ganz cool und wusste gar nicht, dass es so eine Plattform gibt, die mir Kryptowährungen auszahlt, so eine Streamer-Plattform und ja, vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen. Ich würde mich freuen, wenn du ein Abo dalässt, das unterstützt mich und wir sehen uns dann am Samstag wieder im nächsten Video. Ich wünsche euch viel Glück und viel Spaß beim Online-Geld verdienen. Wir sehen uns, wie gesagt, im nächsten Video wieder am Samstag. Lass gerne ein Like, lass gerne ein Abo da, das unterstützt mich, motiviert mich und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, lass krachen und tschüss.